hallo und willkommen zu einem weiteren part smite mit xenia hallo du spielst zucker und gewürze was ist da unten links feiner so hellblau dunkelblau ich weiß nicht wieso die so unterschiedliche dinge haben bestimmt als mitglied oder so das geht ja um dieses smite pro league und dafür kriegen die dann weil die sozusagen gespendet haben ah ich weiß wieso der hat ganz viele fantasie punkte er hat also ganz viel gespendet es ist also ein ober noob fantasie punkte der name ist gut oder die bild ausrucks fantasie punkte der stuhl was ist hier für ein buff du hast ein kumpel des gesundheitsschild acht wegen dem fetten ja ja wenn ein klebreder die hoxen tut er rum ist normal wenn ich stehen bleibe hockt er sich hin problem oder was klar hockt er sich auf dem boden komischen lopaden übersicht gestülpt komm eins gegen eins du blöder was alter selber so richtige holzkopf russ und lauter hat er selber gemerkt das blöde ja ja jetzt hab ich heute mit spieler egal ich brauch noch heute karo speed ja kann es ja haben was auch so was auch hier alles oh die sind aber ganz schön weit vorne ja weil die kein ding ist gemacht ich weiß die skills gar nicht mehr eins war glaube ich sterben ich glaube schon ich glaube schon mich das nervt wenn ich kein marmer kriege was ist das für ein idiot ja wie sagten sie mal langsam wird die community wie bei neu ja aber das sind auch generell die leute so richtig komisch anschein doch schon einmal gespielt habe ich meine damalige gesille dazu überredet äh quill hell ohne scheiß der hat es gespielt ja 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 mit der dinge zusammen ähm die hieß die alte laura oder was genau ich will da nichts gutes zu heißen boah ich muss weg ich kann das halt nicht so gut ich schieße voll auf der neber so ja ja das ist ganz schwierig bei solchen jägerklassen ich treffe mit nev auch nicht ansatzweise überall und ich müsste mal weg ich halte die stellung so lang oh man der tor ich mag das nicht ja was kann ich denn machen wenn er auf dem strauch liegt und wir snacken so wie ich gerade ja geht echt schlecht ohne mana ne ach ja das war ja so durch immer mehr angestraft bekommen pro kill mhm stimmt ja ja geht immer nur bis 6 stück steckt sich das und gucke ich schnell zu ja trotzdem op ach dann ist nichts op das ist genauso wie bei sila wenn die ihre skills aufgewertet hat komplett für jeden skill kriegt ihr dann nochmal so ein extra ähm boni sag ich mal damage und mp und so weiter ist auch cool oh was macht sie denn ich werde festgehalten oh Hilfe und die hat mich gerettet boah ich hab wieder harping das klasse ist halt dass jäger gehen nach autos einflaschen dass er muss sein autos so war das wort ja ja das ist ja bei soul auch oder soul oder wie man es immer nennt ja krass wird ein pro schuss mana ein bisschen ich denke aber ganz viel hast du mir mal erzählt aber das gerade bei htk speed da merkst du schon krass ja ja das ist ja geht klar machen denn so es geht bei dir eigentlich der mädchen eher so eher wachsmäßig würde eine baufe die skills nicht die skills blöd ne ich benutze den skills immer nur zum vergiften und den anderen nur zum wegjumpfen das ist geschlappt in der Krupp 6hp auf was hat er gemacht als ich glaube ich habe ich habe er hat mich an das ist Ich hab 800 HP wieder. Ja, ich weiß, was schiel. Jetzt hab ich noch 400. Ich hab auch gesessen. Solange ich schmaler bin, ist alles gut. Nein. Die sind blind. Ich mache irgendwas Gutes. Ich? Nee. Schiele ich lieber. Boah, wie Verreckung. So, jetzt ist meine Mana am Arsch. Wenn ich bin wieder voll gehalten. Ja, es war ganz praktisch bei Heal, dass die so viel Heal haben. Du kannst eigentlich permanent vorne bleiben, bis deine Mana leer ist. Oh Gott. Du übersteuerst ja ganz schön. Was übersteuern? Hab ich gekratzt oder was? Aber rischst du. Gekratzt, ja? Ja, ja. So eine hohe Piepselstimme ist nicht so gut. Okay. Hast du was genau so angehört wie Heal? Ja. Das war auch Sinn der Sache. Du hast ja mal Gehl gesnackt, hab's gar nicht gesehen. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. So ist nicht, nee, nee. Ach, der Janus ist ja bei uns nicht voll Idiot. Ich renne die ganze Zeit vor die Dinger weg. Ja, vor dem Portal im Boot, da darfst du auch nicht durchlaufen. Aber wenn er diesen Streifen auf dem Boot macht, ist das so gut. Ich muss weg. Oh, er geht mir auf den Sack. Fuck, ich sterbe, ich sterbe. Ich komm gar nicht mehr, ich mach ihn. Wir sind blöd, ich hab's blöd gemacht. Ja, wir waren ein bisschen zu spät. Nee, ich lebe dich doch vor. Ich hab mich schon blöd gemacht, hallo. Ja, aber ich kümmere mich um dich die ganze Zeit. Ja, ging nicht, Alter. Wer sind das denn für Idioten? Mann, rett der mit wen Scharfen hier rum. Ja, weil die die ganzen in dem Kiel hinterher gerannt sind. Ja. Im Russen. Ja, was ist denn? Witzschau. Und ich mein nicht den Chupa Chupa. Der kam bitte nicht an, hör. Nee, mag ich nicht so. Das ist die Witze. Ne. Ich mach die Witze nicht. Ich mach die Witze nicht. Ne. 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 Mit dem Loki nicht richtig, Alter. Oh, geblendet. Oh, ich kann nicht treffen, Alter. Bin zu behindert dafür. Ich möchte ihnen sagen, welche Kepries im Visier. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Hehehe. Ist geil. Ich muss weg. Oh, ne. Das hat voller Haap nicht. Ich krit auch noch gar nicht. Das hat gar keinen Sinn, Alter. Oh. Was ist das hier denn für ein Ding? Was hab ich denn hier? Ja. Natürlich, der ATK-Speed ist ein bisschen wichtiger wie Krit, ne? Was macht der Bogen? Oh, Manna. Nur mehr ATK-Speed. Oh, scheiße. Schu... Oh, was? Oh, ho. Nix. Ah, das hat über viele Arte, oder? Der hat volle riesige Anzeige bei mir. Ja, doch stimmt, hast recht. Das ist das. Das ist das Tank, ja? War das? Ja. War das jetzt ein Beschützer, ja? Trennt bei mir, ne? Was? Hehehe. Hebe, geh doch. Ich muss weg. Ah, Loki. Alles klar. So, was macht der jetzt? Alles klar. Noch mehr Schaden. Noch mehr Schaden. Und danach den Kopf geschmackt ist ein Krit. Kaufst du selber einen, oder was? Nee, nee, nee. Aber ich habe ja dieses Bild zusammengestellt. Aber ich habe ja keine Ahnung mehr, was ich da reingepackt habe. Damals. Das ist ja ewig her, wo ich schon wieder gespielt habe. Schmerzt es, dass Nox immer die Skills einfach ausmachen kann, sozusagen. Genau so wie Hades. Ja, Nox ist aber auch ein Gott, der voll uns unterschätzt ist, wenn keiner spielt. Ich finde es sehr schwer zu spielen. Ich hätte es auch gern gekonnt, aber ich kann es nicht. Fuck. Fuck. Alter, mehr Outreach-Schaden wie Loki. Oh je. Das ist heftig, Alter. Der rennt hier mit kaum HP rum, ne Idiot. Oh! Oh, ich komme. Immer. Zwei Stück hier. Oh Gott. Die gehen auch viel defensiver jetzt vor, irgendwie. Mhm. Das stimmt. Boah. Das holt er nicht. Nicht mit mir. Nice. Das war Lize. Ja, ja. Die läuft, oder? Ja. Ich kann die auch spielen. Die Gruppe Stimmen ist okay. Ich bin halt nicht so eine egoistische Hild. Das gibt es nämlich sehr häufig. Die hier immer nur. Ne, die hähnen sich echt immer nur sich selber dann. Ja, und was hast du davon? Nix. Du bekommst nur die Gottpunkte und so weiter, wenn du das Spiel gewinnst. Wenn du verlierst, bist du immer richtig am Arsch. Was bringen dir die ganzen Kills, wenn du verlierst? Ja, aber was bringt mir die ganze Zeit, wenn die Leute da sterben? Weißt du, wie ich meine? Das ist ja auch sinnlos. Dann verlieren wir ja auch. Oder meintest du jetzt, es ist gut, dass ich die Gruppe jetzt nicht bin? Ja. Habe ich dich falsch verstanden. Entschuldigung. Oh, Loki ist auf mich. Hä, der war einfach weg. Loki ist auf mir. Wo, 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 wo? Der ist nicht mehr da. Ja, der hat gerade sein Ding ins. Seinen ATK-Waff gemacht. Das ist der übel Auto-Jupper. Habs gesehen? Ich hab' nur noch vor mir, äh, ein paar. Wo ist er hin? Weiß ich nicht. Krass. Richtig Cheater. Cheat-Cheat-Hack-Hack. Ne, ich glaub' das ist irgendwas mit Nox, Alter. Nox kommt. Pass auf. Pass auf hinter dir, Nox. Jo, ich komm nicht weg. Wollt's ich ulti? Näh. 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 Die sind alle bei sich vor Tor, Alter. Ich schmier' mal kurz zurück. Ja, ich geh' auch weiter. Sind die alle bei ihrer Basis gut schön? Gleich wieder da. Ja, nicht, dass diese vorstimmende Idioten sind. Ja, ja. Raserei. Ja. Grit. Oh. Guck mal, ey. Ich spiel' fast vorbei nach 12 Minuten. Ich muss die Perks ändern. Ich spiel' fast rein. Ich spiel' fast rein. Ich spiel' fast rein. Ja, das ist ein bisschen. Ich spiel' fast rein. Und dann, ich spiel' fast rein. Ich spiel' fast rein. Komm, komm! Fuck, Arschloch. Ja, wenigstens habt ihr sie. Der Loki ist richtig schleiße. Schleiße? Was ist denn? Schleiße, Entschuldigung. Ach, der Gegnerrisch? Ja, ja. Das geht aber. Oh! Genau das Gegenteil in der KD wie die letzte Runde. Ja? Ja, bei mir. Der Runde immer so weit vor der Vollidiot. Denn ihr spielt... Stimmt, wir haben ja. Er ist ja wieder zu Hause. Ja, stimmt. Du musst ja. Wieso das denn? Mal ich das dann? Oder was? Ich hab mich drauf verlässt, Alter. Weißt du, dieser Merkur, der geht mir so richtig auf den Sack. Weißt du, halbtot und renn hier noch rum. Alle Punkteunterschieds ist mal extrem, oder? Hm, keine Ahnung, ich achts gerade... Ah, ja doch, das ist natürlich extrem. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Auf einmal gemacht. Hm. Ich weiß ganz schön, was ich als letztes hab. Ich hab doch extra Dinge ins Hunder gemacht. Bis sie rauskommt. Schringen, 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 schringen. Alles klar. Die kommen gar nicht mehr raus, Alter. Tor ist draußen. Was passiert gerade. Alles klar. Das ist weg. Verdammt. Schöne, man lässt sich wieder noch kaufen. Damit ich wieder weiß, was das war. Alter, meine Karte ist echt cool. Ja, ja, ich seh schon. Todesbote, klar. Todesbote, klar. Todesbote ist extrem teuer, ne? Mit 3500 Dose. Ja. Ist echt teuer. Jetzt ist jeder Schlag ein Crit. Ja, bitte mal den Manticore hauen. Mach ich schnell. Ich mit meiner... Mit meiner Attack Speed macht er nicht viel Schaden. Oh ne, ich hab mich gegrittet. Jetzt war es zu viel des Roten. Ich hab... Boah, 750 Schaden vom Schuss. Bei Rados sind 53. 50. Alter, ging übel ab. Tsch Tsch. Endlich mal keine Scheißrunde. Nö, nö. Mach ich gut. Ja. Aua. Aua. So, checken wir die Lage. Du warst aber auch nicht schlecht, Alter. Für jeden. Mega gut sogar. Ja. War aber halt eher supportive. Sieht man auch beim Spielerschaden. Ja. Ja. Dänischenberfleisch. Eine Vierte demandschaden für 180.000. Naja, also dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüüüübe!